Der Chapel ist eine Zeltkapelle am Greenfield Festival, wo wir einen Ort bieten, um zur Ruhe zu kommen. Auch das braucht es an einem lauten Festival, dass man in die Tiefe gehen kann. Es ist ein Ort für Spiritualität, um Gott zu begegnen. Ein Ort, an dem man am Tag einen Gottesdienst hat, wo sie Mittel, Metal, Mitternachtsmeditation durchführen. Es ist cool zu sehen, wie Menschen hier angezogen werden und sie sehen, sie werden berührt. Sie brauchen den Ort, um für sich Zeit zu haben und es zu nutzen. Es ist toll, dass die Festivalleitung uns die Möglichkeit gibt, den Platz, um eine Kirche an diesem Festival zu haben. Ich bin am Morgen hierher gekommen. Wir sind knapp aufgemacht. Ein junger Mann ist hier in der ersten Reihe gesessen. Er hat begonnen zu beten und meditieren. Besonders hat mich berührt, dass immer wieder Paare kommen, die sagen möchten, ins Gespräch möchten, über ihre Beziehung nachdenken. Es macht mich sehr glücklich, dass es wirklich ein Ort sein kann, der ein wichtiger Ort ist, glaube ich. Aufmerksamkeit. stole. Er hat dich nicht mehr als Ansprache geöffnet. Wenn etwas bis zum присelponınt characters gibt, die durch den Vor Η-Zung zu geben. Vielen Dank.